Andreas Gabalier, Stargast bei seinem Konzert macht die Fans sauer. Andreas Gabalier hat für sein Konzert im Münchner Olympiastadion gleich zwei Stargäste eingeladen. Doch während der eine bei den Fans auf Begeisterung trifft, stimmt der andere diese wütend. Andreas Gabalier, Gastauftritt von Mario Barth macht Fans wütend. Bald ist es soweit. Am Samstag, den 22. Juni tritt Andreas Gabalier, 39, unter dem Motto Olympiastadion 5.0 die Rückkehr. Im Münchner Olympiastadion auf. Für diese Rückkehr hat sich der Schlagerstar so einiges für seine Fans einfallen lassen, darunter auch zwei Stargäste. Und während die Anhänger, innen bei der Bekanntgabe des einen begeistert aufgejubelt haben, sind sie nach der Ankündigung des anderen sauer. Und zwar so sehr, dass einige sogar damit drohen, ihre Tickets wieder zu verkaufen. Der Stargast, der die Gemüter kochen lässt, Ist niemand Geringeres als Comedian Mario Barth, 51. Es ist mir eine Riesenfreude, jetzt auch noch Deutschlands erfolgreichsten Comedian Mario Barth auf der Bühne begrüßen zu dürfen, kündigte Andreas Gabalier auf Instagram an. Die Freude teilen die Fans jedoch nicht. Zum Glück war ich beim Konzert auf der Lorelei. Mario Barth wäre für mich ein Grund, die Karte zu verkaufen. Schimpft ein User unter dem Post. Also langsam wird's echt lächerlich, echauffiert sich eine weitere Followerin. Was da noch alles an Gästen ankommt. Wir haben Karten gekauft für Gabalier und nicht für irgendwelche Spezialgäste. Viele weitere Kommentare dieser Art finden sich zuhauf unter dem Beitrag. Andreas Gabalier, Gastauftritt von David Hesselhoff begeistert Fans. Ganz anders fallen hingegen die Reaktionen auf den anderen Stargast aus, der das Olympiastadion an jenem Abend besuchen wird. David Hesselhoff, 71, trifft bei Gabaliers Fans auf große Begeisterung. Das Olympiastadion wird beben, heißt es unter anderem zu dessen Ankündigung. Die Gemütslage, was das bevorstehende Konzert von Andreas Gabalier im Olympiastadion betrifft, ist bei dessen Fans also gemischt. Bleibt abzuwarten. Ob der Volksrockenroller sie mit seiner Performance so begeistern kann, dass diese über den unliebsamen Gast hinwegsehen.